Leute, wir sind auf so einer Aussichtsplattform und ich schlafe uns hier Hier sind unsere Häuschen, das ganz rechts mit dem dunklen Dach Leute, wir sind da auf dem Pass Es ist ein bisschen weissig in etwa 10 Grad Sommer, he? Es hat da noch Schnee Aber ja, ich lasse jetzt mal drüber Ich weiss nicht, ob ich da rüberkomme Halt, richtig geil Es ist ein halber Gletscher irgendwie wie ein 80 so ist die 80 80 80 80 80 Bis zum nächsten Mal.